Und dann einmal probieren. Einmal Pulled Pork hier. Und Perni, was hast du? Eis in Erdbeeren. Ah ne, also Erdbeeren mit weißer Schokolade. Ja, hmmm. Ein Hotdok mit Chili Cheese. Barbeque, Bacon. Dann fressen wir ihn auf. Auf mein Fischer. Ohhhh. Kann ich auch einen von dir haben? Ja klar, Heidelberg kannst du auch, Heidelberg-Poffertchen. So, hier haben wir Marshmallows mit Oreo Keks und Marshmallows. Die sehen geil aus. Und schmecken die? Ja klar, Heidelberg-Poffertchen. Ja klar, Heidelberg-Poffertchen. Ja klar, Heidelberg. Ja klar, Heidelberg-Poffertchen.